Hey, ich kann auf Kommando eine Erektion haben. So, wofür? Welche Szene? In welchem Film? Wo zur Hölle hast du es geübt? Warum? Lars Eidinger hat mal gesagt, er könnte aus dem Stand sofort, wenn er spielen muss, eine Erektion haben. Never in the world. Das ist sehr absurd, vor allen Dingen.